Bevor wir Comulino als Kommunikationsplattform benutzt hatten, hatten wir immer das Problem, dass nicht alle Mitarbeiter alle Informationen bekommen haben. Das können kleine Informationen sein zu Abläufen, aber das können auch wichtige Dokumente sein oder auch Aufzeichnungen von Betriebsversammlungen. Immer gab es Leute, die diese Informationen nicht gelesen haben. Mit Comulino ist das jetzt viel, viel einfacher. Sie bekommen eine Nachricht auf Ihr Handy und haben sofort den Zugriff auf diese Informationen. Vieles hat sich dadurch vereinfacht und auch die interinterne Kommunikation der Mitarbeiter untereinander ist sehr viel persönlicher geworden. Neben diesen technischen Vorteilen kann ich aber auch erkennen, dass unsere Mitarbeiter sich noch mehr identifizieren mit unserem Betrieb. Sie fühlen, dass wir ein Team sind, weil wir auch gemeinsam kommunizieren. Schönein Achse 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 Untertitelung des ZDF, 2020